Moin und da sind wir wieder bei der Rissjagd. Nichts tun. Ach du Scheiße, was ist denn da unten los? Gibt es Geschütztürn? Ja, da musst du in der Luft drum nur den Geschütztürn abweilen. Aber... Euer Bewusstsein ist aufgeregt. Sehr schön. So, also bei mir ist der Grüne... Haben Sie es? Wir haben jetzt die Störung in Dingsbach. Naja, das wäre dann die Vorbereitung. Wir können auch direkt zum Dostory weitergehen. Ja, schön, sehr gerne. Da hinten ein Beherrschungspunkt ist, glaube ich. Ach so, da muss ich etwas sinken. Würde ich gerne kurz mitnehmen, wenn ich schon hier rum... Zwiesprache. Hallo, Moin, Jura. So, da seid ihr. Da oben. Eine Störung, gerade außerhalb unseres Gesichts. Zack. Kannst ihr da mal nachschreiben, bevor wir uns sagen sehen? Lass mich in Ruhe! Ich werde mich darum kümmern. Ich lasse noch kurz Ramses zu Ende reden. Wer seid? Ich gehöre zu Peter. Ich gehöre zu Iria. Ich komme gleich. Ich bin hier oben noch am Freiten. Ich gehöre zu this and a half. Hier wird zu Reif. Jetzt ist das Sorge nicht alle kaputt. Ja, ich weiß. Ach, der Isaac ist auch bei uns. Das habe ich gar nicht richtig mitgekriegt. Ich... Und jetzt kaum noch etwas vom Hator. Wir treffen uns am Lager. Gut, da können wir die Wegmarke nehmen. Ich mache mich auf den Weg dahin. Tut nichts Dramatisches ohne mich. Es wird wohl Zeit, dass ich euch mal... Wir können jetzt noch vorher was anderes machen. Wenn wir noch bei der Wegmarke sind dann... Nämlich nach links. Da ist auch der Zug kommen. Wo? Wegmarke links? Bei der Wegmarke und dann gleich ganz nach links. Da ist ein Kombi ja beim... Ja, da kommt man auch sonst nicht hin, wenn das Event nicht gerade los ist. Einfach voll durchbrettern. Genug für einen Haufen. Oh, der ist gerade noch aktiv. Okay. Oh, ich sehe mal. Warum willst du auf mich? Sprich auf jemand anderen drauf. Das ist so ein Notizbuch, oder? Ja. Ich habe es gesehen. Ja. Dann werde ich da... Das muss ich gleich aber noch holen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Schutztranke? Spür die Wut! Ach, der ist das. Bei 25 Prozent. Jetzt kommt mal die Special Kai. Und wenn das vorbei ist, müssen wir so ein... Tentagraphie. Ich habe noch zuweise... Wie ist es da? Inkarnation. Mhm. Ich nehme es weg. So, jetzt. Dämon. Wir sind nicht eine Heide. Wir kämpfen gegen die Kryptes. Ihr... Ihr seid nicht die Franz Scherken. Aber ihr habt meine Barriere zerstört. Was lebt denn hier vor? Wer seid ihr? Warum habt ihr meine Verteidigung zerschlagen? Ihr habt euch jedoch nicht grundlos eingesperrt. Ihr habt uns angegriffen. Ich will noch kurz noch... Eingesperrt? Das war meine Barriere. Für sein Scherben der Fresser, oder? Ich lasse mich nicht verschlingen. Haltet ein! Alle beide! Wir stehen auf derselben Seite. Leutnant Rodelfaust. Euer Verhalten ist nicht inakzeptabel. Inakzeptabel? Wir haben unser Leben für einen Dämon riskiert. Auf euren Befehl hin. Wenn alle so böse sind, wie ihr meint. Warte! So, ihr könnt hier auch den Lagerbericht hier und das Ding da holen. Und dann gehen wir nach oben. Moment. Lagerbericht? Jetzt hast du was da. Ja. Und dann hin mit Schuppe nach oben. Ja. Was ist mit der Blüte? Okay. Mit Schuppe noch. Ich bin da. Ein bisschen höher. Zwischenlanden. Hier ist ein Post. Und dann zeige ich euch noch etwas, was man leicht übersehen kann hier. Ja. Gleich. Die Herrschung. Nur eine weitere Bestätigung, wie großartig ich bin. Da. Genau. Da wo die ist halt. Zu dir komme ich? Ja. Da wo ich jetzt bin. Da ist ein Stein. Da ist ein Stein. Und dann zum hochheben. Und drüber rufen. Und drüber rufen. Dann. so. So. Wieder ein Kinderspiel. So. Dann habt ihr jetzt auch den Teil. Ja. Ich muss eigentlich schon die ganze Karte aufgedeckt haben. Ich habe mich auch vielleicht ein zweit Beherrschungspünktchen oder so. Ja. Hier ist magische Barriere. Muss ich hier irgendwas machen? Also das hat eine Sitzel zum Vorhaben hier. Ich habe nur aufgesammeln und weggeschmissen. Aber die Truhe kommt nicht. Ja. Hast du die Truhe heute schon mal gehabt? Nee. Weil hier ist noch das. Wie heißt das das? Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ja. Na, in der Zukunft der Zaun kommt dann. Und sie finden Gernüßort. Du bist mir so die Dele. Also eigentlich, wenn du die Truhe noch nicht wahrst, mit dem Charakter, also ich hab. Mit deinem Account. Dann kriegst du die. Jeden Tag. So und dann können wir, hm. Ja. machen wir jetzt noch in der story weiter aber ansonsten noch vorhin noch die diese haben da war und hier noch nicht dabei die taucherbrille ja ja gut wenn ihr teleporten freund nutzen wollte kein da war ja ollie nicht wir haben es ja jetzt also so aber aber wir anderen hatten es ja vorhin mit dem bevor wir meinen später noch mal machen alles gut ich wollte es nur gesagt dann jetzt erst mal genau ich habe es ja auch den charakter dort geparkt ich habe da nicht charakter stehen okay dann bin ich jetzt schon mal kurz den beherrschungspunkt aussichtspunkt beim lager schon mal hab und dann runter zum lager und story weiter da ist der punkt berätten die überlebenden jahre ja 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 war der ja nur mal an dem ok ist eingeschlafen ich war gerade im video so keine bange mir geht es auch so nicht so hübschen ne ja ich weiß ihr wisst von teoria ich habe es im traum gesehen jetzt schon lange nicht mehr aber da ist so viel wasser wasser farben gerüche ja und wenn ihr gern zuhört kann euch die astralwache viele geschichten erzählen aber nur kein druck sehen alle komisch aus wahrscheinlich der weg zu hater sollte frei sein höchstens noch ein paar wachen die auf die schwächelnde festung aufpassen sollen wachen sind kein problem aber hater weiß ich nicht was genau der kampf wird hart genug wer weiß was wir schauen die einfälle ihr mitgegeben hat wir lassen vorsicht walten ramses warum habe ich das gefühl dass euren zähnen furcht entströmt das ist ein schrecklicher ort wenn man einsamkeit sucht sie wird sich dran gewöhnen wir wollen hoffen dass dieses land sicher wird für jene die sich nicht wehren können wenn hater erstmal beseitigt ist gehen wir gehen wir ja gehen wir endlich nur eine weitere bestätigung herrschungspunkt bekommende schriftste kapitel gut zerstörung es geht ja schnell da haben wir ja es sind drei dinge aufgeteilt so wo ist denn das ok das weiter oben da können wir uns schon mal hin machen ein ein also ich fliege gerade direkt zum grünen punkt mache aber kurzen halt hier am aussichtspunkt dann fliegt links und da in den see und der beherrschungspunkte unten heißt hoffentlich auch wegfinderin ich hatte gehofft dass ihr kommen würdet wir machen hier fortschritte aber die kugeln der kryptis regnen ununterbrochen auf unserer wenn ihr euch auf eure himmelsschuppe schwingen und sie beseitigen würdet gehen wir sogar noch besser voran wo war das buch das war in diesem tor also von dem panorama wo wir waren dann links geradeaus ist ja dieses tor und da waren die stadt buchseite hatte ich mir jetzt mal so ein bisschen hier etwa ja dann habe ich ja schon da habe ich auch hier hier auch gerade gesucht da ist es hier gibt es einen erfolg all das hier kopiert ja dass jemand zurückreist ja also ich muss irgendeiner aufgehoben werden also insgesamt vier sachen anklicken ich weiß wo die sind ich auch nach dem kampf nach dem kampf hier ist mir nach dem kampf alles klar alles klar ich erwarte einen traumatischen kampf gut sollen wir dann ja dafür das patrouillen beseitigen da ist doch einer ja ich habe ja ich habe ja ich habe angreifen aus der luft die trebuch ist die die noch mehr kann flüstern das war der letzte drinnen in der festung das kann ich nicht spüren da könnte eine armee oder auch nur ein paar abselige das reicht doch auf die füße und schnell vorwärts naja 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 hier rein es gibt einen erfolg in dem kampf gegen diesen Hathor nicht dauernd nach beides zu Luke wie einfach ist wenn man weiß die Metapole nur ist was wollt ihr hier die die hauptbeschrift nicht nicht war das ist das hier auch so mit dass diese felsen kommen und sich dann verschlägen ok ne das ist jetzt ein anderer Gegner ok bei diesem Hathor da musste man einfach nur davonlaufen und mal Fernkampf machen ja du musst da halt agieren hm ja da sitzt du ja wir ja so jetzt sind wir in der Arena sind alle hier oder? ja ja ok ok peter habt ihr euch frischen nappen besorgen mein Schatz könnt ihr nichts vormachen euer Bruder hatte immer gehofft ihr würdet eure Ansichten bezüglich des Königs ändern aber das weiß ich besser ja ha 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 ihr seien immer schon bis an die Hörner verwönt worden also warum seid ihr hier peter warum jagt ihr uns von eurem Fleischbommeln nur die Furcht herab Ihr wart schon länger nicht mehr im Schloss, oder? Ihr seid weggelaufen und habt euch versteckt. Ihr lauft ja immer noch. Und ihr kriegt der Spinne sämtliche Beine ab. Hat er euch sein Gift denn immer noch nicht gezeigt? Sagt Zerus liebe Grüße von mir! Augen nach oben! Nein! Dreckt's auf! Ja! Da bin ich immer im Kreis gerannt und hab dann immer geschossen und immer weiter im Kreis gerannt. So, erst mal zu Peter. Es gibt eine Version dieser Welt, wo sie sich uns angeschlossen hat. Peter! Macht euch keine Saugen um mich. Ich bin nicht in Trauer. Heiter war grausam, auch wenn es Angst war, die sie antrieb. Was ist denn jetzt los? Einmal hier jetzt gleich. Versucht eine Feststellung nach Überlebenden, folgt eurem Instinkt. Ich muss erst mal nachdenken. So, jetzt hierbleiben und mit Ramses reden und dann hier mit Rote Ira. Aber ich würde sagen, wir machen erst mal einen Cut und sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao! Tschü-tü. Tschü-tü.